Ein digitaler, urbaner Zwilling ist ein digitales Abbild von allen digitalen Ressourcen, die eine Stadt besitzt. Also die Daten, verschiedene Anwendungen, Analyse-Tools, aber auch Simulationen. Damit können wir nicht nur, was wäre, wenn Szenarien simulieren, sondern wir können auch Storytelling machen, wir können auch verschiedene Daten gemeinsam erheben und wir können eine ganze Bandbreite an Anwendungsfällen abdecken. Das Ganze soll Stadtentwicklungen sowohl integrierter als auch nachhaltiger machen in der Zukunft. Dafür gibt es das Projekt Connected Urban Twins, das wir hier in Hamburg gemeinsam mit den Städten München und Leipzig vorantreiben. Simulationen und Simulationsmodelle sind natürlich das Herzstück von digitalen Zwillingen, weil sie bilden verschiedene Prozesse digital ab und machen somit, was wäre, wenn Szenarien möglich. Also wir können uns fragen, was passiert denn, wenn wir diese Straße sperren für Autoverkehr? Wie wirkt sich das aus auf die Mobilität? Wie wirkt sich das aus auf die Luftqualität? Natürlich gilt der Grundsatz nach dem britischen Statistiker George Box, all models are wrong, but some are useful. Also die Modelle bilden natürlich immer nur einen Teil der Realität ab. Wir versuchen, sie so gut wie möglich zu validieren, sodass die Fehlermarge möglichst gering bleibt. Aber natürlich sind es immer nur Ausschnitte. Und vor allem im Co-Modellieren geht es darum, erst einmal zu verstehen, wie kann man denn gemeinsam solche Modelle zustande bringen. Mehr und mehr Städte haben momentan Interesse daran, digitale Modelle zu bauen für ihre Stadtplanung, weil sie mithilfe dieser Modelle bestimmte Szenarien modellieren können und ihre Antworten vorher einmal testen können, bevor sie sie tatsächlich umsetzen. Und es ist wichtig, diese Prozesse transparent zu halten. Häufig geschieht technologische Entwicklung, das Schreiben des Codes im Büro von EntwicklerInnen. Das heißt, da fließen ganz viele Annahmen rein in diesen Code. Und unser Co-Modellierungsprozess schafft es, BürgerInnen tatsächlich einzubeziehen in die Gestaltung der Technologien, die ihre Stadt beeinflussen. Und es gibt viele Vorteile aus diesem Co-Modellierungsverfahren. Einer davon ist sicher, dass, indem man verschiedene FachexpertInnen einlädt, gemeinsam und interdisziplinär über bestimmte Themen nachzudenken, dass man all dieses Wissen einbindet und dadurch Lösungen schafft, die robuster sind und auch effektiver sind, weil sie eben wirklich ein Thema von ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und so schaffen wir es, weiße Flecken aufzudecken, bestimmte Themen, an die wir vorher gar nicht gedacht haben, mitzudenken und Lösungen dafür zu finden. Wir haben vier Workshops organisiert. Die haben sich einer zentralen Fragestellung gewidmet. Und zwar, wie können wir energetische Gebäudesanierung und soziale Verdrängungseffekte in der Stadt entkoppeln? Also wie können wir es vermeiden, dass Investitionen in bessere Heizung, in eine isolierte Gebäudehülle etc. Mietkostensteigerungen auslösen, die Menschen dazu zwingen, wegzuziehen? Also wir hatten VertreterInnen von Mieterschutzverbänden da, wir hatten einen Vertreter des Eigentümerverbandes da, wir hatten Mitarbeitende der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen da. Und alle haben ihr Wissen eingebracht, indem wir ein Modell gemeinsam erstellen, was diese ganz unterschiedlichen Wissensbestände, die die Menschen mitbringen, integriert und in Bezug setzt, um darauf aufbauend eine Lösung zu modellieren. Es gab zwei parallel verlaufende Prozesse. Der eine war der Multi-Stakeholder-Prozess, also welche Interessengruppen laden wir ein, wie finden die Workshops statt, wann werden die stattfinden. Und der andere Teil war die technische Implementierung. Also wie können wir das Wissen, das aus dem Multi-Stakeholder-Prozess entspringt, technisch implementieren und technisch in die Modelle einsetzen. Der erste Schritt war die Auswahl eines konkreten Themas und das Ermitteln von den Interessengruppen, die daran beteiligt sind. In einem zweiten Schritt haben wir den Maßstab der Modelle festgelegt. Also soll das Modell von der ganzen Stadt entstehen oder soll das Modell einen bestimmten Stadtteil adressieren oder eben auch nur eine bestimmte Straße. Als dritten Schritt haben wir gemeinsam das Modell konzeptionalisiert. Also wir haben bestimmte Aspekte besprochen, die auftreten sollen. Wir haben Akteure durchgesprochen, wir haben Ressourcen durchgesprochen und Prozesse genauer betrachtet. Also wir haben uns beispielsweise den Verdrängungsprozess sehr genau angeguckt. Wie passiert die Verdrängung nach einer Mieterhöhung? Und wir haben uns sehr genau angeguckt, wie passieren denn überhaupt energetische Modernisierungen von der Idee bis zur Umsetzung. Im vierten Schritt haben wir die Modelle entwickelt. Also wir haben die im Multi-Stakeholder-Prozess gesammelten Aspekte, Ressourcen, Akteure genommen und programmiert. Wir haben das digitale Modell erstellt. Anschließend daran haben wir in einem fünften Schritt die Modelle implementiert. Wir haben die programmierten Simulationsmodelle genommen und sie auf eine urbane Modellplattform hochgeladen, sodass verschiedene Stakeholder und Interessengruppen auch Zugang dazu hatten. Dabei geschah auch eine Verifizierung. Das bedeutet, sind die Aspekte in sich logisch im Modell? Gibt es beispielsweise Programmierfehler? Das haben wir alles überprüft. Als sechsten Schritt kam dann das Experimentieren und Simulieren von Szenarien. Da haben wir uns wieder gemeinsam mit den Interessengruppen das entwickelte Modell genommen und damit experimentiert. Wir haben herausgefunden, wie funktioniert das, was hängt mit was zusammen und gemeinsam Szenarien entwickelt. Dabei sind natürlich viele Sachen aufgefallen, die beispielsweise falsch sind oder so nicht ganz umfänglich abgebildet wurden. Das haben wir gesammelt und wieder zurück in das Modell integriert. Im siebten und letzten Schritt kann das Modell genutzt werden für verbesserte Entscheidungsfindung. Natürlich können alle diese Schritte nicht immer nacheinander stattfinden. Manchmal muss man auch zurückspringen zu einem vorherigen Schritt. Wenn man merkt, es fehlt etwas, kann man beispielsweise noch mal in die Konzeptionalisierung gehen. Auch wenn das Modell genutzt wird und bestimmte Dinge auffallen, kann noch mal zurückgesprungen werden in einen vorherigen Schritt. Wir haben in den Workshops mit verschiedenen digitalen Tools gearbeitet. Beispielsweise war ein Tool, das wir oft verwendet haben, das sogenannte Insight Maker Tool, was ein offenes Tool ist mit Open Source Software, was wir dazu benutzen können, gemeinsam Co-Modellierungen zu machen. Dann haben wir mit NetLogo gearbeitet, einem agentenbasierten Simulationsmodell. Abschließend haben wir die Modelle, die wir damit entwickelt haben, auf die urbane Modellplattform, auch einem Prototypen, der im Rahmen des Connected Urban Twins Projekts entstanden ist, hochgeladen und implementiert. Natürlich sind Daten sehr grundlegend für den Modellierungsprozess. Beispielsweise haben wir die Urban Data Plattform in Hamburg, die sehr, sehr viele, sehr genaue Datensätze liefert. Aber auch die verschiedenen Interessengruppen, die da waren, haben ihre eigenen Daten und Datensätze mitgebracht oder uns darauf hingewiesen, wo wir bestimmte Daten finden können. Es ist natürlich herausfordernd, so einen Co-Modellierungsprozess zu organisieren und durchzuführen. Es braucht viele verschiedene Ressourcen, es braucht viele verschiedene Rollen, die man einnehmen muss. Man muss die verschiedenen Interessensgruppen managen, man muss sie einladen, man muss Werbung auch dafür machen und dann sie natürlich auch am Ball halten. Natürlich haben alle diese Interessengruppen auch ihre eigenen Beschränkungen. Sie gehen ihren eigenen Jobs nach. Teilweise haben sie auch ganz andere Jobs, wenn das Interessengruppen aus der Zivilgesellschaft sind. Und gerade dann ist es schwierig, einen ausgeglichenen Rahmen herzustellen. Was ich zusammenfassend sagen lässt, ist, dass es auf jeden Fall Sinn ergibt, wenn man in einer Stadt an digitalen Technologien für die Planung arbeitet, dass man in solche Modellierungen auch BürgerInnen mit einbezieht. Und es ist einerseits möglich, das haben wir gezeigt, und es ist auch total produktiv. Es ist keine Zusatzarbeit, es ist natürlich umfangreich, aber es hat auch ganz große Vorteile gegenüber einem klassischen Verfahren, weil man Wissen einbinden kann, das sonst nicht da wäre, nicht zur Verfügung stände. Und weil man auch diejenigen Menschen einbinden kann, die in der Stadt schon aktiv sind und dadurch eine ganz andere Akzeptanz für die eigenen Lösungen schaffen kann. Und mit Blick auf den digitalen urbanen Zwilling der Stadt Hamburg ist es natürlich unser Ziel oder unser Wunsch auch, dass dieses Tool des Modellierens ein offenes und für viele Akteure zugängliches Modul des urbanen Zwillings ist und so von unterschiedlichen Akteuren eingesetzt werden kann, um unterschiedliche Probleme oder Herausforderungen der Entwicklung zu verhandeln und zu modellieren.